Hi ihr Lieben. Heute reden wir über was ganz anderes als sonst. Und zwar über etwas aus Holz. Das hier. Das EDC Caddy von Vancy Woodworks. Hey Friends, I made a video in English. Check it out. So für alle in Deutschland. Das ist jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge, da wir nicht alle in der Lage sind, an unserem Nachttisch unsere Waffe hinzulegen. Das hier ist ein EDC Caddy von Vancy Woodworks, welches ich tatsächlich gewonnen habe in seinem Giveaway. Wir kennen uns aber persönlich. Er hat auch bei uns mitgemacht, damals im Shop Giveaway bei Tech Beard Apparel damals. Wir heißen jetzt aber Tech Merch. Und wir haben uns darüber kennengelernt und er macht diese hier in seiner Garage. Richtig schöne handgemachte, hölzerne EDC Caddies. Was macht man damit? Diese EDC Caddies sind hauptsächlich dafür gemacht, dass man seine Waffe da abends reinlegt oder sein Handy hier reinsteckt und da unten durch dieses Loch dann lädt. Das hat hier unten einen Durchgang. Ich lebe mal kurz den Sticker beiseite. Das hat hier einen Durchgang, wo das Kabel nach hinten rausgeht. Und damit kann man dann jederzeit sein Handy nachts reinstellen, laden, abnehmen. Hier vorne hat man nochmal so einen kleinen Schlitz, wo man auch Sachen reinstellen kann, nach oben hin. Hier oben, wo jetzt dieses kleine Etikett drangemacht ist, kann man seine Uhr drum herum schneiden. Und dann zeigen wir jetzt mal kurz, wie das auch ausschaut, wenn man seine Waffe rein tut. Shoutout an Vienna Arsenal und an Brabusch 06 und an Tag Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und Ihnen. Ich habe hier natürlich meine Walter PDP. Das Video dazu findet ihr natürlich oben in der Infobox. Und die hier ist natürlich entladen. Magazin haben wir gar nicht erst drin. Magazin ist aber auch leer. Und wenn ihr fertig seid am Ende eures Abends, dann könnt ihr hier eure Waffe einfach reinstellen. Das sieht jetzt so aus. Da hat man dann sein Handy drin und seinen Schlüssel kann man dann da reinwerfen. Oder seine Brille. Ja, meine Brille von Toro Eyewear. Auch natürlich die Sachen dazu. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Was das Schöne daran ist, Wancy Woodworks verschickt auch nach Deutschland. Der Versand ist gar nicht mal so teuer. Und er kann euch auch euer Logo da rein machen. Wie ich gesagt habe, ist das natürlich für Deutschland nicht ganz so attraktiv. Warum nicht? Wir können halt unsere Waffe egalerweise nicht draußen stehen lassen. Aber wir können natürlich auch eins bestellen ohne diesen Halter. Dann wird das hier oben ein bisschen länger gemacht. Und dann könnt ihr da auch andere Sachen reinstellen. Das reiche gibt es auch ohne Uhr. Wenn ihr kein Uhrträger seid, dann macht ihr vielleicht was anderes darum. Ich bin auch kein Uhrträger, aber ich habe das trotzdem. Und wenn ihr dem Wancy natürlich einen Besuch abstatten wollt und gerne so etwas bestellen möchtet oder etwas anderes, dann geht einfach auf Instagram oder auf Facebook und schaut nach Wancy Woodworks. Ich blende das natürlich nochmal hier ein. Aber Wancy Woodworks, danke schön dafür. Ich hoffe ihr habt daran Spaß. Ich habe es auf jeden Fall mal nach dem Tisch stehen. Ich muss nur noch die Kabel mal richtig anschließen. Aber ansonsten, ich finde dieses Ding absolut genial. Gefällt mir richtig gut. Bitte unterstützt ihn. Bitte unterstützt uns. Tagmerch.com nach wie vor. Und Tagbeard.com. Denn wir haben auch mittlerweile Bartbürsten und Bartkämme, die wir auch personalisieren. Und die sind auch handgemacht aus Holz. Von daher schaut bitte rein. Gebt uns ein Like auf Instagram und auf YouTube. Und wir würden uns freuen natürlich, wenn ihr bei uns etwas einkaufen würdet. Bis zum nächsten Mal bei GarniTV. Ciao.